Hallo und jetzt Willkommen zurück zu Let's Play E.B. Ja, ähm, 6, 2, 2, 3. Ne? Hier. 6, 2, 2, 3. CORRECT! Und dadurch bekommen wir den blauen Ball. What's this now? It's soft. But I feel I could break it. Perhaps this is a ball of paint. Hmm. It vanished. Mhm. Na, sag Erber. There's something on the ground. A ball of paint. Yellow. Mhm. Da ist er wieder. I'll always be with you. My home is just nearby. Mhm. Deaths. It's locked. It's locked. Fishing hook. Worry. Ich verstehe. Okay. Dann heilen wir uns schnell. Dann schnappen wir uns den Ball. So. Und gerade wieder heilen. Hey. What are you doing? Ich will auch spielen. Ich will auch spielen. Ist das so? Okay. Ähm. Gehen wir mal wieder hier hin. So. Was fehlt denn uns noch? Okay. Noch ein bisschen was. Hier fällt aber diese Angler. Und die müssten wir irgendwie finden. Dann könnt ihr nämlich angeln. Theoretisch. Hier kamen wir her. Das ist komisch. Das ist komisch. Er ist also wirklich unter uns. Okay. Und das hier ist derselbe Raum wie der andere. Trick it. Okay. Jetzt haben wir den. Regenschirm. Was machen wir nur mit dem Regenschirm? Ist die Frage. Behalte ich den eigentlich? Ah. Nein. Oh, Moment mal. Oh, Moment mal. Ich hab doch diesen. Den Tree Key. Könnte ich nicht theoretisch? Moment. Ich mein, ich hab doch diesen Tree Key. Den müsste doch eigentlich Gary brauchen. Theoretisch. Wenn er unter uns ist. Oder? Heavenly Fred. Hm. Na ja. Was haben wir? Was hat er denn hier? Er hat... Wristwatch. Lighter. Mhm. Blue Rose. Red Umbrella. Not so useful in sight. Achso. Ich hab gedacht, ich könnte dann da rüber gehen. Aber war wohl nix. Hm. Oh, das ist offen. Ach ne, das war, das war schon offen. Mhm. Hm. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich versteh das nicht. Ich mein, hier müsste ich ja dann rein. Und das geht ja nur mit dem Schlüssel, den Ip hat. Hier. Und hier. Wie bekomm ich denn dann runter? Kann ich die irgendwie hier? Und hier? Das geht ja auch nicht. Hm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber... Den... Den bräuchten wir ja hier für... den Regenschirm. Aber irgendwie... Ich versteh es nicht. Was fehlt mir? Irgendwas fehlt. Take me. Was ist dieser Raum denn? Mit den Wellen. Ich kann da ja schlecht dran ziehen, das geht ja nicht. Können wir das vielleicht? Sieht hier irgendwie nicht so aus, aber... Hm. Hier ist auch nix. Das ist komisch. Fischer mal. Ich komm nicht weiter. Locked. Da kann man nicht durch. Kann ich vielleicht... den Manneken-Head verschieben oder so? Nein. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Und hier ist mir ein... Ich versteh's nicht. Hier ist ja auch nix. Behauptet. Moment mal. Ja. Oh. Sorry. Aber ich versteh's nicht. Was soll ich tun? Hi. Da muss ich ja irgendwie rein. Und hier kann ich rein. So. Oh. 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 Sieben Stück. Fehlt noch ein bisschen. Vielleicht ist ja hier noch was. Take me. Hm. Ja. Ich wüsste nicht was. Das macht gar keinen Sinn. Hm. Ach. Ach man kann gar nicht mehr zurück. Okay. Jetzt wissen wir das schon mal. Hm. Ich weiß nicht was ich machen soll. Deaths. Also Tiefen. Deaths. Leiter. Kann ich nicht benutzen. So. Ich hab noch diesen roten... Umbrella. Und den... Müsste ich der Frau irgendwie geben oben. Kann ich aber nicht. Weil ich da hinten nicht hinkomme, oder? Ich kann es mal probieren. Wenn ich jetzt mal... Speicher. Ja. Dann probieren wir das mal. Auf Spielstand 2... Oder 3... Von mir aus auch. Ja. Probieren wir es. Ich glaub 10 Schritt reichen dann definitiv nicht aus. Achso. So im Dampf selbst verliert man mehr. Das ist doof. Hm. 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 Candy. Das ist da tricky. Das ist da tricky. Das ist da tricky. ... ... ... ... Na ja, ich rätsel mal dann alleine weiter behauptet, ich finde nämlich überhaupt nichts mehr, aber hm, ja, mal schauen.